Hallo und herzlich willkommen zum neuen Projekt, willkommen zu Minecraft, die Zeit, dem Projekt, wo ihr entscheidet, was gemacht wird. Alles. Und ich starte erstmal direkt unsere Welt und schaue, was für eine Welt wir bekommen werden. Und dann erkläre ich nochmal ein bisschen zu dem Projekt. Und ich denke, diese Episode wird nicht so enorm spannend, weil eben noch nichts in irgendeiner Weise bestimmt wurde. Denn, was ihr jetzt machen könnt, also, wenn das nicht schon mal gut aussieht, was ich als allererstes machen muss, ist erstmal springen ausstellen. So, aber lasst uns hier erstmal ein bisschen was vorbereiten und ein bisschen Blöcke abbauen. Und dabei erzähle ich, wie das Ganze jetzt ablaufen wird. Also, die Episode wurde gerade veröffentlicht. Das heißt, die schaut ihr gerade. Und was ihr jetzt machen könnt, oder solltet eben, ist, dass ihr was in die Kommentare schreibt, was ich nächste Episode machen soll. Das kann sein, baue irgendwas, mache irgendwas oder zieh den Hut über den Kopf oder sonst irgendwas. Und das werde ich dann machen. Dabei suche ich das aus. Also, nicht ich suche was aus, sondern eben ihr. Es wird nämlich das genommen, was die meisten Upvotes hat. Das heißt, ihr schaut am besten auch in die Kommentare und schaut, was andere Leute schreiben. Und was euch persönlich am besten gefällt, wo ihr sagt, ja, das will ich sehen, das wäre cool und so. Es kann eben sein, sagt, ich möchte, dass du folgende Mod installierst. Das ist übrigens jetzt in der 1.11. Ich hatte ja die Abstimmung gemacht. Und ein paar mehr Leute haben eben für die 1.11 gestimmt. Es gibt sehr viele Mods für die 1.11 schon. Das ist schon ziemlich cool. Und, ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde dann in ein paar Tagen oder sonst irgendwann mal, muss ich mal schauen, wann ich das mache, immer eben den Kommentar dann auswählen. Und das dann in der nächsten Episode machen. Ich werde den halt, wie gesagt, ein bisschen früher als eben eine Woche auswählen, weil ich die Folge noch produzieren muss. Und eventuell was vorbereiten muss. Das heißt, wenn es zum Beispiel heißt, ich möchte, dass du die Folge in einem Märchenprinzessinnenkostüm aufnimmst, muss ich erstmal dieses Märchenprinzessinnenkostüm besorgen. Jetzt als komplett bescheuertes Beispiel. Und ihr könnt auch mehrere Sachen kombinieren. Das heißt, nimm bitte mit nur einer Hand auf oder sowas. Und dabei baust du bitte einen riesen Penis. Und ich nehme übrigens nur Kommentare. Also keine Unterkommentare zu Kommentaren, sondern eben nur die einzelnen Kommentare. Das heißt, es bringt nichts, wenn ihr noch irgendwas da hinzufügt oder so im Nachhinein. Das zählt da nicht. Ihr müsst das dann als einzelnen Kommentar schreiben. Ihr könnt auch meinetwegen verschiedene Versionen von Kommentaren machen. Und ich suche dann einfach was raus. Aber ich muss sagen, wir haben hier echt einen ziemlich geilen Spawn schon erwähnt. Und ich denke, für den Anfang haben wir ja schon einen echt guten Vorteil. Und mal schauen, wie zerstört unsere Welt am Ende aussehen wird. Ich bin schon echt drauf gespannt. Oh, es sieht so geil aus hier, Leute. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das sieht echt ziemlich geil aus hier. Mit verschiedenen Bäumen und vor allen Dingen genug zu essen erst einmal. Ich muss gucken, dass ich nicht alle kille. Oh, okay, hier sind echt genug Schafe. Ich denke, da vorne ist eine ziemlich coole Stelle, wo wir bauen können. Da mache ich mich mal auf den Weg. Vielleicht kriegen wir ja auch einen Wassertempel irgendwie hin. Mal schauen. Die Folgen werden, wie gesagt, auch immer sonntags hochgeladen um 15 Uhr. Die kommen jetzt jeden Sonntag. Pistenhaus wurde jetzt gestartet. Und das wird ein bisschen unregelmäßiger kommen. Eben weil wir keine festen Aufnahmezeiten und so haben. Aber da wird sowieso nochmal ein erstes Video kommen, wo ich auch erkläre, was im Pistenhaus alles anders ist. Weil wir haben uns mal alle zusammengesetzt. Also Yama, Rose und ich. Und das haben wir dann Metos vorgetragen, was wir so an Veränderungen machen möchten. Und da ist echt vieles bei rumgekommen und auch richtig coole Sachen, was die Aufnahmen und so anbetrifft. Und da werde ich euch dann auch auf jeden Fall informieren. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, sind irgendwelche Counter übrigens starten oder ein Best-of zu kreieren, wenn ihr irgendwas lustig fandet oder so. Dass ihr das gerne, da so ein Best-of machen könnt. Und ich würde das dann sogar hochladen, wenn das echt gut ist. Das ist gar kein Problem oder so. Würde euch dann auch natürlich verlinken und so. Also so richtig so die Promotion und alles geben. Wir haben einen echt guten Start. Die Welt ist schön. Also noch ist es schön. Wer weiß, was ihr alle so verändern wollt. Es kann natürlich auch enden, dass ihr sagt, ja, bau ein schönes Haus dahin. Ist ein bisschen langweilig für den Anfang. Deswegen, Leute, haut auf jeden Fall die härtesten Sachen raus, die es gibt. Also nicht so, schnott ihr die Pulte an und auf oder so. Nein, wie gesagt, ich werde nichts machen, was mich entweder finanziell bankrott macht, was mich umbringt oder verletzt oder sonst irgendwas. Oder was in irgendeiner Weise illegal ist. Oh, halt mal eine Waffe in die Luft und schieß ein bisschen sowas zum Beispiel. Obwohl. Nee, Leute. Also es sollte schon im menschlichen Rahmen sein und vielleicht nicht zu embarrassing für mich. Also so psychisch ist da auch so eine Sache, ne. Schäden und so. Sowas will ich nicht machen. Falls es der Fall sein sollte, dass ein Kommentar irgendwie sowas beinhaltet von der Episode und es hat die meisten Upvotes, nehme ich einfach den Kommentar mit den zweitmeisten Upvotes. Das ist dann eure Verantwortung letztlich, was eben geantwortet wird und was nicht. Das heißt, es bringt nicht nur ein Kommentar zu erwarten, sondern gleich mehrere Kommentare. So, ich denke, wir haben jetzt hier eigentlich schon genug Eisen. Ich kann gleich wieder rausgehen aus der Höhle. Und dann können wir schon anfangen, so eine kleine Hütte oder so zu bauen, eben um ein bisschen vorbereitet schon mal zu sein. Hier ist schon mal eine etwas größere Schlucht. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich schlage vor, für die ersten Episoden bauen wir uns hier auf jeden Fall ein Haus hin. Ja, hier auf jeden Fall. Hier können wir ein richtig schönes Haus hinbauen. Also, mache ich das mal alles hier mal ein bisschen weg. So, in der Zeit kann das schon mal auf jeden Fall schmelzen, das ganze Essen und so. Übrigens, Mods und so und Sachen, die ihr eben sagt, soll ich mit hinzufügen, die bleiben dann auch nach der Episode. Eben so Sachen zum Beispiel, eben wie das lächerliche Beispiel Prinzessinnen-Kostüm. Sowas bleibt natürlich nicht. Aber so Sachen wie Mods oder so, die bleiben natürlich. Oder Texture-Packs. Du könnt sagen, jo, spiel mal mit dem Texture-Pack. Und dann werde ich das auf jeden Fall mal reinmachen. Und wenn jetzt nicht ein neues Texture-Pack irgendwie angeschrieben wird oder eben in den Kommentaren dann auftaucht. Also in dem nächsten Kommentar, der genommen wird. Dann bleibt das Texture-Pack einfach drin. So, das ganze Zeug ist mittlerweile auch schon geschmolzen. Der sieht doch mal gut. Gut, so, machen wir uns schon mal so wieder ein bisschen Ausrüstung. Und dann mache ich mir auch mal schon mal eine Rüstung. Wer weiß, nächster Episode schon irgendwelche Riesenmonster oder so. Und dann sind wir schon mal full Iron und es wird langsam nach. Ein kleines Bettchen und dann pennen wir einfach direkt schon mal hier so mitten auf der Fläche. Was macht meine Hand da? Es gibt übrigens viele Leute, die tatsächlich denken, dass ich so Sachen eben nicht wirklich mache. Eben das Ganze skippe und so im Kreativmodus oder so. Oh nein, Leute. Ich bin echt so ein Minecraft-Suchte, der tatsächlich sehr viel Zeit für Minecraft hergibt. So, wir schauen jetzt einfach mal. Und zwar will ich mein Haus hier hin bauen. Das heißt, ich mache mal hier ein bisschen Terraforming. Auch wenn es enorm langweilig ist für den Anfang. Aber für euch gibt es ja relativ schnell. Weil das Ganze einfach auf 10 Minuten runtergeschnitten wird. Damit es für euch wenigstens irgendwie interessant ist. Und nicht irgendwelche Sprüche wie in dem Video vorkommen. Weil das ist ja für euch recht uninteressant. So, hier bauen wir unser Haus hin. Ich plane mal eben so ein bisschen, wie wir das machen können. So, hier können wir auf jeden Fall so ein äußeren Pfad machen. Zwei, ähm, wie viel mache ich? Ich mache mal fünf Blöcke. Obwohl, fünf ist relativ wenig. Zaun, Wand. Das heißt, hier kommt, so wird, so breit wird eine Wand, Leute. Stellt euch da schon mal drauf ein. Das ist enorm. Aber es wird ein Riesenhaus, kann ich euch sagen. Ich denke, für den Anfang wird so ein Haus auf jeden Fall genügen. Das sieht ja auch nicht so schlecht aus nachher. Denke ich mal. Also hoffe ich. Ich glaube, ich will ein richtig großes Haus haben. Das heißt, oben ein und unten ein. Das heißt, das macht fünf. So, das sind jetzt auch schon fünf. Das heißt, so hoch wird das Haus. Das müsste, meine ich, genügen an Holz her. Obwohl, wird schon ziemlich knapp. Aber ich glaube, es passt genau. Oder zumindest habe ich ein Holz übrig. Zwei Holz sogar. Nice. Gut, das ist schon mal der Rahmen von unserem Haus. Hier kommt dann unten Kabbelstone hin. Das heißt, ich muss da auf jeden Fall mit der Zeit mal ein bisschen was farmen. So, ich muss mal gucken, wie ich den Eingang mache. Mache ich mit... Mache ich mit einer Doppeltür? Ich glaube, ich mache mit einer Doppeltür. Vielleicht können wir ja hier uns so eine kleine Höhle oder so reinbauen. Schauen wir mal. Hier machen wir vielleicht so einen Hinterausgang. Das wäre ganz cool. Und dann kann ich meinetwegen machen, dass man hier eben so eine kleine Brücke hat oder so. Oder da eine Brücke. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Stein. Und hier eben mal so eine kleine Tür, dass wir mal nach... Das ist übrigens die 1.11.2. Das heißt, sieht man hier den Seed? Ne, man sieht den Seed nicht. Das ist gut. Ich will nicht, dass sie den Seed zieht. Ich bin der 1.11.2. Das heißt, nicht im neuen Snapshot, wo man eben Zement bekommt oder so. Sondern in 11.2 einerseits voll eben abgestimmt hat. Und hier kriegt man ziemlich viele Mods. Das ist cool, dass es für der 1.11.2 schon relativ viele Mods gibt. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal verschiedene Mods ausprobieren. Und wenn es eben nicht möglich ist, eine Mods zu installieren, weil es eben eine strikige Version ist, dann werde ich eben den zweiten Kommentar nehmen. Hallo, hey Creep. Ah, da ist noch ein bisschen Eisen. Das würde ich gerne haben. Boah, hier kann man echt was Cooles hinbauen, denke ich. Ne, das ist nicht mein erster Tod hier. Keine Sorge, Leute. Oder tut mir leid, Leute. Ich weiß ja nicht. Manche wollen vielleicht, dass ich bei dem Projekt mal ein bisschen draufgehe oder so. Kann ja halt echt sein. Dass ihr es irgendwie drauf anlegt oder so. holt ihr die Atombomben-Mod und dann zündet ihr eine Atombombe in deinem Haus. Könnt ihr halt echt machen. Ist die Frage, ob ihr das wollt. Ob die Mehrheit das will. Voll die Demokratie hier. Spaß. Wir machen Anarchie. Oder Diktatur. Ich entscheide immer noch alles, was hier gemacht wird. Ne, davon würde ich halt ein bisschen weggehen. Weil ich mal sage, dass wirklich was passiert, wenn man Zuschauern die Kontrolle darüber gibt, was sie sehen wollen. Denn es ist vielleicht nicht so, dass die Zuschauer denken, das wird lustig. Weil das nochmal so eine andere Sache ist. Wenn die zum Beispiel sagen, ha, es ist bestimmt voll witzig, wenn du das machst. Vielleicht für eine Sekunde, aber nicht für eine lange Zeit. Das ist immer ziemlich schwer bei Challenges und so und eben bei Videos, dass man was findet, was die Zuschauer auch länger als fünf Sekunden unterhält. Okay, ich sollte mal pennen gehen. Aber wir brauchen echt viel Kabel, ne? Ey, das war sogar richtig platziert. So, hier kommt eine Tür rein. Das Fenster. Kommt hier rein, genau. Oh, ich dachte gerade, ich habe mich verbaut. Aber ich verbaue mich niemals, Leute. Hat er jetzt nicht gesagt. So, dann kommt hier und hier noch ein Fenster rein. Und haben wir eigentlich schon... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, 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 Leute. Oh, nein. Oh, nein, oder? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, Leute. Oh, nein. Das ist echt nicht gut, Leute. Oh, nein. Verdammt. Das war jetzt echt ein bisschen wacker. Ja, okay, dann muss ich eben den Rest der Episode damit verbringen, mein Haus wieder richtig zu bauen. Das ist doch soweit richtig, oder? Hä, bin ich irgendwie vollkommen bescheuert? Warum ziehe ich das nicht einfach? Oh, Leute, Alter. Es ist peinlich, es ist peinlich. Oh, oh, oh. So viel zu dem Motto, ich verbaue mich nicht. Jetzt wissen wir auch, woher die zwei Holze am Ende kommen, die ich noch übrig hatte. Nämlich die zwei Holze. Die sind nämlich noch hier für die Länge zuständig. Die nämlich jetzt falsch ist. Seht ihr? Das passt nämlich jetzt perfekt. Ich verschritte. Will mir Minecraft damit etwa sagen, dass das Projekt ein richtiger Reinfall wird? Oder was geht hier gerade ab? So, und dann sieht das doch so gut wie neu aus. So, dann machen wir noch eben das hier fertig. Dann war es das aber auch mit der ersten Episode von Minecraft Decide, dem Projekt, wo ihr entscheidet, was gemacht wird. Das ist genau, das ist so ein richtiger Werbespruch, sehe ich schon. Das werde ich jetzt jeder Episode, am Anfang der Episode sagen. Genau diesen Spruch. Macht euch darauf auf jeden Fall gefasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Bedanke mich ganz herzlich. Einen schönen Tag. Und sage ich schon, bis dann. Und man sieht sich. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020